Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Technische Störung beeinträchtigt Flugverkehr am BER. Am internationalen Flughafen Berlin-Brandenburg BER kam es zu erheblichen Betriebsstörungen, die den Flugverkehr stark beeinträchtigten. Die Ursachen dieser Störung wurden auf ein technisches Problem zurückgeführt, das mehrere Systeme des Flughafens betraf. Es war ein ereignisreicher Tag mit massiven Verzögerungen, Flugstreichungen und unzufriedenen Passagieren. Lange Warteschlangen an den Check-in-Schaltern, an überfüllte Wartebereiche, wear the result. Einige Passagiere mussten stundenlang warten und wurden schließlich in nahegelegene Hotels umgeleitet. Reaktion der Passagiere. Die Reaktion der Passagiere war gemischt. Einige reagierten mit Verständnis und Geduld, während andere Verärgerung und Frustration zeigten. Eine Passagierin, die anonym bleiben wollte, sagte, Ich verstehe, dass technische Probleme passieren können, aber die Kommunikation könnte wirklich besser sein. Ein anderer Passagier, Herr Müller, äußerte sich kritischer. Es ist schlichtweg inakzeptabel, dass so etwas an einem der neuen und modernsten Flughäfen Europas passiert. Kompensation und Unterstützung. Der Flughafen BER kündigte an, dass betroffene Passagiere Anspruch auf Entschädigungen gemäß den EU-Vorschriften haben. Dazu gehören Erstattungen für Verspätungen und Stornierungen sowie die Bereitstellung von Mahlzeiten und Unterkünften für betroffene Gäste. Eine spezielle Hotline wurde eingerichtet, um betroffene Personen zu unterstützen. Detaillierte Informationen erhalten Passagiere auch über die offizielle Website und die sozialen Medienkanäle des BR. Antworten der Fluggesellschaften Viele Fluggesellschaften haben auch auf die Situation reagiert. Lufthansa, die viele Flüge vom BR durchführt, betonte in einer Erklärung, dass sie eng mit den Flughafenbehörden zusammenarbeitet, um die Auswirkungen auf ihre Passagiere zu minimieren. Ähnliche Aussagen kamen auch von EasyJet und Ryanair, die ebenfalls stark betroffen waren. Sicherheitsaspekte Ein Sicherheitsaspekt, der im Zusammenhang mit der technischen Panne untersucht wird, betrifft die Frage, ob und inwieweit die Flughafensysteme von externen Angriffen betroffen waren. Erste Analysen deuten darauf hin, dass es keinen Hinweis auf einen Hackerangriff gibt. Dennoch sind die Sicherheitsprotokolle verschärft worden, um jedes mögliche Risiko auszuschließen. Zukunftsaussichten und Präventionsmaßnahmen In der Pressekonferenz erklärte Klaus-Dieter Scheuerle außerdem, dass langfristige Maßnahmen ergriffen werden, um die IT-Infrastruktur des Flughafens zu verbessern. Wir werden unsere Systeme überprüfen und modernisieren, wo nötig. Ein solcher Vorfall darf sich nicht wiederholen und wir werden alles tun, um zukünftige Störungen zu vermeiden, so Scheuerle. Resümee Der Tag am BER war ein ernüchterndes Beispiel dafür, wie anfällig moderne Verkehrsnetze für technische Störungen sind. Die Erfahrungen der Passagiere variieren stark von Frustration bis hin zu Verständnis, was zeigt, wie entscheidend eine gute Krisenkommunikation ist. Während die Ursache der Panne noch genauer untersucht wird, ist sicher, dass sowohl der Flughafen als auch die betroffenen Fluggesellschaften wichtige Lehren aus diesem Vorfall ziehen müssen, um in Zukunft besser auf ähnliche Situationen vorbereitet zu sein. Autor Anita Farke, Freitag, 19. Juli, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.